Leute, 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 lang, lang ist es her, als es die letzte Analyse auf diesem Kanal gab, aber wir müssen mal über ein Premier League Spiel reden. Und zwar das Spiel Leicester City gegen den FC Southampton. Und zwar hat Leicester das einfach mit 9 zu 0 gewonnen. 9 zu 0, wann gab es das eigentlich mal, dass ein Spiel in der Premier League, der wohl besten Liga der Welt so ausging. Also 9 zu 0 hat Leicester auf jeden Fall gegen Southampton gewonnen. Ja, natürlich gibt es natürlich wieder einige unter den Zuschauern, die sich jetzt riesig freuen werden, weil mit Hasenhüttl ein ehemaliger Red Bull Leipzig Trainer eins auf den Sack gekriegt hat. Ich weiß, ich weiß. Aber jetzt müssen wir mal ernsthaft bleiben. Leicester war einfach so überlegen und haben einfach alle Torschosen, die sie hatten, genutzt. Und von Southampton kam einfach in dem Spiel absolut nichts. Ich sage mal auf jeden Fall, der Sieg für Leicester ist definitiv verdient. Also es gab wohl kaum einen Sieg, der so verdient ist wie dieser Sieg. Aber ob er jetzt in der Höhe verdient ist, das muss wohl jeder selber entscheiden. Ja, das war es von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr weiterhin diese Videos haben wollt. Teilt den gerne mit euren Freunden. Und lasst gerne einen Daumen hoch da. Und ja, bis zum neuen Video. Tschüss.